Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Unsere großen Meister verschwinden. Ich fürchte, dies ist das Werk des bösen Lord Shen, der eine neuartige Gefahr für unsere Welt entfesselt hat. Dies könnte das Ende des Kung-Fu sein. Ich habe doch gerade das Kung-Fu für mich entdeckt. Und jetzt musst du es retten. Nimm die fünf mit. Es wird Zeit für die nächste Phase deiner Reise. Meine Faust hungert nach Gerechtigkeit. Das war meine Faust. Wir müssen es bis zu dem Turm schaffen, ohne dass die Wölfe uns entdecken. Geht klar, Tarnkappen-Modus. Ich rasse dieses Rumgeschleiche. Hey. Hey. Ist doch cool. Wie kann Kung-Fu... Feuer! ...etwas besiegen, das Kung-Fu besiegt. Und los geht's! Vergiss nicht, Drachenkrieger. Wählst du den Weg des Großmuts. Ist alles möglich. Ich bin am Start. Achte auf die Zeichen. Nehmt die Zeichen. So viele Zeichen. Wow! Ah. Mein alter Feind. Stufen. Gott, St 솔직히. Otto, St Children. G Sons. Hallo.